ja hallöchen und herzlich willkommen in einer neuen aufnahme von let's play minecraft wir haben neue musik und sogar also ja oder auch erde und ich hoffe wir haben auch keine ruckler wir haben doch sehr reichlich zu essen ja jedenfalls ich habe was vor ich möchte hier eine kleine dachterrasse hinbauen ich habe ja mit der aufnahme ist noch umgetestet habe ich die welt kopiert und ja war langweilig habe ich da was gebaut so ja gut das heißt langweilig ich habe irgendeine beschäftigung gesucht ist ein bisschen laut oder nein hier ja und dann möchten wir hier die terrasse reinmachen also tun wir alles schön wieder abreißen ich habe gesagt es gibt keine ruckler mehr warum warte mal ich muss mal gucken weil ich weiß schon ungefähr wie ich das bauen möchte ja okay jetzt geht's wieder der ist bis zu dem müssen sie bleiben ab da müssen sie weg also bis zum fenster hoch bis fenster hier muss noch weg und alle wird okay also ich habe jetzt echt so ein paar lexbikes drin ist aber nicht schön so unser dach was wir letzten noch so wie wohl vollendet haben reißen wir gleich wieder ab aber na gut ach so ich habe den tricapitator rausgenommen weil irgendwie naja es war so ein bisschen tippen war das schon ne also so da brauchen wir noch ach ja stimmt wir wollten ja ach ja es dämmert ja was mensch ich habe ja natürlich versucht letzte folge ein paar redstone kisten zu kraften wenn man in mein inventar schaut habe ich na ich habe noch ein bisschen aufgeräumt ein bisschen zeug darüber in die kisten geräumt ja da habe ich vorher noch mal geguckt wie man die dann baut also vorher genau nach der aufnahme dann geschaut also müssen wir uns haken basteln so ich glaube die menge stimmt schon und dann einfach daneben wäre das klappt nicht okay ja jetzt was sechs hatten können es sein dass ich so und jetzt bauen wir hier ein sehr anders aus cool wo voll die piraten kiste oder er sehr ich bin reich man braucht einfach nur ein bisschen redstone zu kraften also redstone tun zu kraften und dann ist man reich helico ist es ja auch nö die ist langweilig ähm hier schön in die andere rein hier ne warte wir wollten das dach machen ich ärgere das mit der trittisch wie die haben so wie die verschwindet ähm genau das dach wollte also was heißt dach halt jetzt muss ich ja hier rüber ist das verwirrend kleinstein auch wir brauchen städte wir haben kein holz mehr ähm gar keins da bin ich jetzt blind ähm liegt hier noch was nö ne nö ähm da hinten die sind ja schön wachsen mal jetzt ruckelt es doch hör auf ja jetzt müssen wir ganz klassisch wieder die bäume ganz klassisch die bäume fällen aber ich denke mal das ist auch in ordnung ich hatte den äh für die capitale 1 nur reingemacht damit es anfangs nicht so viel zeit kostet aber ich glaube die haben wir ähm ja ok ja es müsste reichen so ach ja was zu essen wir wollten uns ja noch was zu essen mitnehmen na komm einen kriegt man noch irgendwie sollte ja auch rosen flimmern wenn ich die blätter abbaue ganz komisch nee es sind keine rosen sind blumen naja gut schön ähm was alles klar ich dachte hier liegt Holz viel zu gierig und wir müssen uns hier noch was einfallen wenn hier ein kürbis ist könnt ihr hier rüberspringen also die villager ähm so so wie war das jetzt zwei von der werkbank im werkbank achso was mir noch einfällt immer wenn die musik so komisch aussieht oh wenn die so aussetzt dann muss ich ab und zu nur kurz ins menü dann ist das wieder normal frag mich nicht warum warum wir haben doch die schöne Holzvorräte ja sehr viele ja bürgenholz monkey island ne doch ich mag die musik das sind oh lass mich lügen äh knapp 250 ja doch ich glaube sogar jetzt mittlerweile ein paar mehr das sind so viel brauchen wir gar nicht äh ja 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 250 liter ich glaube da habe ich es etwas übertrieben aber naja gut wo könnte es sich ja sonst nichts außer ein bisschen zeit verschwenden ist meine blöde leiter übrig ich muss sehen wo können wir den klumpelstuhl hinwerfen hier die haken ist dann alles hier rein auch wir hatten noch stücke ja hier bitte ähm warte mal haben wir hier noch oh sehr viel sehr viel ist jetzt haben wir hier noch weil die ähm terrasse würde dann auf der höhe sein ne das ist richtig frage ich dich jetzt ist das jetzt richtig dass es hier so hoch ist ja ne doch das stimmt das ist in ordnung warte mal da klaue ich mir dann einfach mal die leiter hier oben na komm mal her und klaue mir die leiter hier raus und ja gut das können wir nachher machen ähm als erstes brauchen wir Fichtenholz und müsste ja noch gleich nachgehen ähm so ja was gibt es sonst zu erzählen keine ahnung so ähm ja gut irgendwie so richtig äh laufen tut es eigentlich immer noch nicht warum äh so hallo danke ganz komisch ja wir sollten echt vielleicht mal schlafen gehen wird ja langsam ein bisschen spät ach ja na dann gute Nacht und gute morgen die Vögel zwitschern ach ja und wir blicken auf unser Dorf herab vielleicht sollten wir hier mal ernten dann könnten wir auch das Feld da hinten ähm huch da mal gut gewirtschaftet der muss noch weg ihr versteht worauf ich hinaus will hier mit terrasse und so obwohl der hier dann obwohl der hier dann auch noch Holz werden müsste so dann bräuchten wir die Leiter doch ach Menno ja gut Stöcker haben wir ja genug so ähm so ähm ähm war ja schlau war ja schlau dass ich den ähm Dingsmatt rausgenommen hab hier den äh Treecapitator so weg und weg du sollst weg so jetzt so so dann machen wir nein nicht da hin äh wie ist bei den Abbau bei den Abbautexturen immer noch irgendeinen Fehler so machen wir das oder ne also wir brauchen eh erstmal neues Holz und achso in der Kopiewelt ist mir nämlich hier auch einer drüber abgehauen so jetzt nicht mehr ey komisch manchmal hackelt er echt noch manchmal hallo fertig ach ich mag die 3D Models ich will die nicht rausnehmen ähm ja die sind super praktisch ok müsste es gewesen sein warum geht denn der Schatten unter dem Baum weg wenn ich da hinlaufe bin ich so eine strahlende Persönlichkeit oder war's das schon einer ne ja komm los spring mir den Gesicht in den Nadeln rum danke so los setzlinge gib mir setzlinge ja oder holz holz ist auch gut aber setzlinge ja komm naja guter holen wir uns halt gleich welche ja was denn das hier kürbisch arbeiten wir mit den Dorfbewohnern zusammen oder die wollen ja alle auspüxeln bei nix gibt's so wo waren wir stehen geblieben keine ahnung ok der Kusser ist echt noch laut den müsste man vielleicht mal achso höh ähm mein größtes Inventar hier ok dann muss ich mir das irgendwas ist hier noch falsch im Text im Paket aber ok es gibt schon ein Slot für die Offhand oder? nö ach ne ich bin doof äh ok egal weil ich teilweise auch 1 9 spiel ähm und das jetzt hier für die 1 9 ist und wenn ich da dann andersrum gespielt habe und hin und her bin ich jetzt zu schnell nicht gekommen ah egal ähm aber wie mir das hier nicht gefällt das ist so flupp hm und wenn man jetzt einfach eine hallo ähm ja wenn man jetzt einfach eine Treppe so hinsetzt und dann ähm nein wunderschön 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 ne doch das kann man so anbieten und hier habe ich mir dann so überlegt dass man dann dafür dann auch die Leitern ist das jetzt mannigen Menschen im Hintergrund ähm ne das ist nicht schade dachte ich oder nicht mannigen Menschen ja der hilft der Tentacle aber egal ja und somit kommen wir auch auf unserem Turm hier oben drauf was das hier genau bewirkt keine Ahnung oder was wir da jetzt machen können wir bräuchten mal ein paar Kapteen er könnte hier schöne Pflanzen hinbauen aber wir haben doch noch ähm ne dann ist er schon einsortiert okay dann habe ich den hier oben oder 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 hier Ton oder Ziegel ja so machen wir uns mal ein paar Steineimer so so da und da wunderschön haben wir ja zwei Pflänzen haben wir überhaupt Blumen nein nein was habe ich jetzt weggetan Kohle ähm Blumen haben wir tatsächlich ja man glaubt es nicht das man im Enthals schon wieder zugeramscht mit ganz viel Holz das gibt es ja nicht das sind die rote hier hin und die gelbe da hin so ja